Ich kommte, Pete. Okay, hoffentlich bürsten die das nicht. Nee, schaffen die nicht. Wir nehmen den Tag-Speed-Slow, oder? Oh, schade. Schade. Ah, scheiße. Kacke. Egal, kriegst du den Bull-Tier, das heißt, die... Der überlebt schon, oder? Gott. Ich weiß nicht, okay. Ich weiß jetzt kein so'n hübscher Trade, aber... Oh, hm. Perfekter Stück auch. Nein! Meine Q, ich Depp, das wäre ein Rampage gewesen. Oh, ich... Oh. Ich hab den Damage grad nicht eingeschätzt.